ok hi zusammen ich zeige euch heute wie man richtig schuhe putzt dazu habe ich mich dann nach draußen gesetzt und haben karton genommen so dass ich möglichst nichts dreckig machen das ist auch der grund weshalb dass ich taschentücher mitgebracht habe einfach so dass falls was dreckig wird dass ich es wieder sauber putzen kann ich habe heute ein doppelt rahm genähten brock mitgebracht aus italien den ich für euch putzen werde was hier so rum liegt das ist spray ist ein care spray für die imprägnation der schuhe hier haben wir zwei bürste bürsten die braune die verwenden wir für braune schuhe und die schwarze die verwenden wir für schwarze schuhe also in diesem fall die hier und damit werden wir dann die creme auftragen das hier ist eine bürste um den schuh von dreck zu befreien ganz am anfang wir haben hier pferdehaare so dass das leder nicht verkratzt wir kriegen übrigens das ganze für rund 60 bis 100 schweizer franken komplett so bei im shop und von daher muss man wirklich nicht viel geld in die hand nehmen um einfach eine anständige sache hier zu haben wir haben hier verschiedene schuh creme die eine ist eine braune für braunes leder hier haben wir eine allzweck schuhreinigungscreme für zum beispiel blau oder rot oder gelb oder whatever und dann gibt es natürlich auch noch schwarze schuh creme in unserem fall brauchen wir natürlich die braune ok vielleicht was zum gesamten ich habe natürlich meine hände gewaschen ich wasche auch meine hände nachher wieder einfach um sauber an die arbeit zu gehen und sauber die arbeit wieder zu verlassen was wir generell auch nie machen auch sonst nicht wir fassen den schuh nie von unten an weil da damit waren wir überall auf der straße auf der toilette und sowieso deshalb fassen wir einfach einen schuh nie von unten an das heißt wir fassen den schuh wir gehen mit der hand rein und so halten wir den schuh und nicht anders der hat jetzt ein bisschen gelitten ehrlich gesagt weil es in letzter zeit einfach matschig und nass war also machen wir das folgendermaßen wir entfernen vielleicht den hier ein bisschen hier eine sauber sache und bürsten diesen schuh wirklich schön damit hier einfach eine saubere basis entsteht und ihr seht der fängt schon richtig an zu glänzen wir können richtig schön bürsten damit der schuh auch richtig sauber wird und in somit von allen von allen dreck befreien und wie man sieht das ist schon wahnsinns unterschied er glänzt schon richtig schön das macht einfach spaß ist auch ein richtig schöner schuh den wir hier auch richtig schön putzen werden ok so nachdem wir ihn sauber gebürstet haben cremen wir ihn mit schuhcreme ein ich verwende dazu die braune schuhcreme weil es ja ein brauner schuh ist sieht schon richtig toll aus hier netze so ein bisschen meine bürste damit an ganz zu wenig und fangen an damit den schuh einzucremen und ihr seht schon das wird ein richtig schönes resultat das ist übrigens creme die auch den schuh dann frisch hält und auch das leder belebt als eine tolle creme wie gesagt die kriegt ihr zu einem wahnsinnig guten preis leistungsverhältnis ihr müsst da nicht unbedingt unfassbar teurer kaufen sondern da kommt ihr mit so einem produkt wirklich gut weiter und ich habe wirklich fast nichts genommen nicht mal eine fingerspitze und ich seht schon also das geht in eine spannende richtung der schuh sieht schon richtig schön aus wir können vielleicht noch ein bisschen nehmen ich habe nicht mal nicht mal absolut gar nichts hier dran also das könnt ihr so eine schuhcreme die könnt ihr hundertmal benutzen mehr also das ist absolut kein problem so einen schuh sauber zu kriegen so ich denke das sieht schon mal sehr schön aus ihr dürft natürlich auch gerne länger putzen das ist absolut kein problem ich kontrolliere vielleicht noch mal meine hände nach wie vor sauber sind das sind sie und nehme dann den care spray hier ist es wichtig und ich werde es noch ein bisschen warten weil man sollte ein bisschen warten nachdem man ihn eingecremt hat mit sprayen deshalb warte ich einfach noch ein bisschen was wir sicher nicht machen ist so nahe an den schuh ranzugehen sondern wir haben hier sicher eine schöne distanz damit wir nicht das leder kaputt machen oder auch dann irgendwelche flecken produzieren ja was ich eigentlich machen kann ist das ein bisschen schütteln und dann von der distanz aus so ein bisschen den schuh imprägnieren so dass er dann richtig schön glänzt und wasserfest ist so ich habe heute euch gezeigt wie man schuhe putzt eigentlich eine sehr simple sache was wir sicher in zukunft erleben werden wir ein bisschen was über verschiedene schuhtypen worauf zu achten ist erzählen hier seht ihr auch eine schuheinlage das ist damit hier einfach auch die hygiene gewährleistet ist kaufe ich mir jeweils einlagen auch das muss kann wirklich preiswert sein damit ihr einfach eine saubere sache habt und die könnt ihr dann auch in die waschmaschine werfen um hier ein wenn es dann irgendwie ein bisschen dreckiger ist und dann könnt ihr das dann einfach wieder rausnehmen so das war mein schuhputz video ich hoffe ihr hattet spaß und ich wünsche euch allen ganz viel spaß mit euren brokes und oxford hier an die arbeit zu gehen ich habe jetzt noch ein paar 20 zu machen ich wünsche euch ganz viel spaß ciao